Achtung! Achtung! Bleiben wir links! Wo ist er hin? Ich glaube, du bist auf den einen, der mich erschossen hat, erwischt. Ja. Den hab ich erwischt. In der Fahrt, du lebst wieder? Ja. Dann ist der Anteil auf der anderen Seite. Ich glaub, mir geht's gut. Ja, geht's gut. Schade, dass der Panzer kaputt gegangen ist. Aber schön, dass er weg ist. Hab ihn gefunden. Lassen wir das Auto jetzt hier stehen, oder was? Hat uns aber durchgegeben. Wir werden gestoppt von viel. Hier jetzt rechts. Hände rechts. Woa! Baby, ich heb dich auf und her. Ein Blub, ein Blub. Da kommen die ganze Leute her. Panzerchen wird ja hoffentlich jetzt nicht kommen. In meinem Kopf zähle ich gerade runter. Kontakt! Man! 100 Meter!